So, Robin hat gerade jetzt zwei Packungen gezogen, einmal legendär, einmal ne epische drinnen gewesen, hat sich mal kurz ein neues Deck erstellt und möchte mich jetzt herausfordern. Ein kleines Deck erstellt, während ich an meinem Computer die Doktorarbeit schrieb, das kann man ja ganz kurz nehmen, weil ich machen es ja kein Problem. Richtig, das ist natürlich auch viel wichtiger als die scheiß Doktorarbeit. So, dann geht's los. Ich bin natürlich ganz sicher gewesen, welches Deck er nimmt, ich würde auch vorsichtig sein, aber ich hab dir schon verraten, welche Klassiker. Ich hab nicht zugehört, ne? Wie immer. Ja, ja, der ehrtagsame Wissner hätte das gemerkt. Ja, was auch immer. Ach, Malfurion, so eine Wisse. Gut, gut. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Das sieht doch alles schon mal gar nicht so verkehrt aus. Ja, ich glaube ich verliere. Okay, das höre ich doch gerne. Lohnt sich jetzt nicht so, aber... Gut gespielt. Ja, danke. Mal gucken. Bing, bing, bing. Auf dem neuen Spielbrett hiervon... Ich sag genau was. Noch viel mehr Spaß. Kennst du? Ich stelle die mal hier. Ich hätte was anderes machen sollen. Egal. Ich danke euch. Ich hätte es anders machen sollen. Egal. Alles super. Alles zu dir. Naja, du wirst schon sehen, was du davon hast. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Gut gespielt. Danke. Ah, die weite Weite. Was kommt denn jetzt hier? Ah, das ist sehr nice. Danke. Ja, ich weiß. Du hast mir die Möglichkeit gegeben, na? Was soll ich sagen? Doch. Ja, ja, so ist das. Mit den Geheimnissen. Genau, hol dir jetzt die volle Packung ab. Gefällt dir, ne? Echt, ja? Du kriegst hier richtig Muffensausen, wie ich sehe. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, okay. Dann machen wir es einfach so hier. Ja, ja, was auch immer. Also könntest du die Karte gut brauchen. Okay, hast du gebrauchen und kommt sie auch, ja? Nein, was du hier alles bekommst, ey. Mein lieber Scholli. Hm. Mach ich den jetzt schon noch? Ne, ich mach erstmal den hier. Dann werde ich entsch... Dann werden wir entschaden. Oh, nee, ne? Nee, nee. Alter. Ist das dein scheiß Ernst? Ich danke euch. Ja, jetzt kannst du dich entschaden. Das ist wirklich krass, ne? Ja, das ist echt krass. Ja, das bleibt dir nicht mehr viel lieber, ne? Ich danke. Lass mich nachdenken. Mein lieber Scholli. Denk mal, Ruben, na. Ich muss mich beeilen. Äh, ich muss mich beeilen. So sieht's aus. Vielleicht hast du noch weniger Zeit. Ach, nein. Ja. Wir warten jetzt erstmal kurz noch runter ab. Schauen, was passiert. Ich danke euch. Das gehört in ein Museum. Ah, ja, ja. Hm. Ich muss hier nicht warten sein. Warten ist nichts gut für Momuschka. Tja. So bin ich, ne? Richtig gnadenlos und frech hier. Also eigentlich wollte ich den Zauber ja auf mich bewirken, aber... Ich muss das Land bewahren. Okay. Wo soll ich zuschlagen? Hä? Was passiert? Was passiert? Was passiert? Die Wahrheit ist mein Schild. Ja. 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 sehr nice ja natürlich sehr nice was soll man dazu sagen die erden es tut mir leid das war ein Fehler ich muss das Land bewachen schade es ist so gut auch Ach, auf einmal nicht mehr. Ach, herrlich. Auf einmal nicht mehr. Du ziehst Karten wie ein Wettmeister. Wenn ich die Diener ausspiele, was ist dann? Bringt ihr Leben auf eins verringert? Warum sagst du nichts mehr? Was soll ich sagen? Soll ich dich jetzt anlügen, oder? Also jetzt kannst du es dir auf jeden Fall aussuchen. Ab die Weite weit weg. Hä? Was kommt denn jetzt? Du kriegst auch nicht genug, ne? Ne. So ne kleine Raupe nimmer seit Beste hier. Ne, wir gar nicht mehr reden. Da haben wir oben voll gekriegt. Ich bringe Leben... Oh, das ist sehr großzügig von dir, danke. Oh, das ist auch sehr großzügig von dir. Eieiei. 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 Gut gespielt, mein Freund. Gut gespielt. Oh. Oh. Oh nein. Oh. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Hm. Okay. Okay. Hab ich den gerade ausgespielt? Echt? Ich war nicht. Lass mich nachdenken. Haut es noch hin? Haut es noch hin? Haut es hin? Haut es hin? Ich weiß nicht, ob es hin haut. Vielleicht? Ey, das machen wir jetzt einfach mal, ne? Muss gleich nicht. Ich hätte es andersrum machen sollen. Doch nicht ganz überlegt. Wo soll ich zuschlagen? Nett, 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 nett. Ich habe fast keine Karten mehr. Eieieiei. Das klingt aber nicht gut. Ich habe keine Karten mehr. Ich habe keine Karten mehr. Wie mein Diener einfach nicht gekommen ist. Es tut mir sehr leid. Ich habe keine Karten mehr. Oh, wow. Ja, haha. Eee, ich habe zu schauen, was ich karten. Oh, wow. Boah, das ist wirklich sehr gut gespielt, kann ich nichts mehr machen. Doch, kann man dich dann zerstören. Ich kann nicht mal einen Berg irgendwo mit 10 Maler ausspielen. Ne, gleich passt es dann bei euch. Ja, was soll man dazu sagen? So. Okay, warte, ich geb dir noch eine Chance. Ich brauchte deine Eilhosen nicht, ja. Danke. Ich habe fast keine Klanken. Danke. Los! Hä? Hä? Ich hab keine Karten mehr, ach so. Ich habe fast keine Karten mehr. Eieieiei. Aber der Spaß ist jetzt vorbei. Okay. Denkst du sonst buff ich jetzt mal eine... Boah! Alter! Alter! Echt? Da geht ja gleich die Zwischenur los. Da geht ja gleich die Zwischenur los. Alter! Ja geil! Jetzt aber nochmal schnell nach oben hier! Ich muss mich beeilen! Ich habe keine Karten mehr! Ich habe keine Karten mehr! Ja! 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 Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen!